Das ist doch mal was. Genau, das ist ein Ford. Was kann man da drauf? Oh, der sieht so stabil und robust aus. Und ein Flathead V8-Motor. Genau. Hammer. Oh, das ist aber noch... Ja, da kannst du den Wagenheber so ansetzen. Das ist Eisen, kein Blech. Da kannst du theoretisch eine Winde ansetzen, um den Reifen wegzumachen. Echt? Fass das mal an. Boah, richtig gut. Boah, das ist aber richtig stabil. Ja, der wird bald 100 Jahre alt. Könnt ihr euch das vorstellen? Boah. Der ist, oh ja, 35. Der kommt ursprünglich aus Essex, England. Oh, das ist ja wirklich, du, wie vom Traktor, so ein dickes Blech, du. Wie vom Lanz Bulldog, du. Ja. Echt. Ja. 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 Ja.